so Eisen machen wir das mit drei Eisen Cobblestone oh Gott Stone verdammt eine warte das machen wir anders das waren wir verdammt das Sonderzeichen gibt es noch nicht hier kann ich das mit dem hier machen ja an die fokke geht nicht Eisen Cobblestone so Eisen Cobblestone er kommt hier gold und hier ist eine überraschung ich kann auch smaragd in die klasse schon mal einen redstone und diamanten redstone wenn ich wahrscheinlich später so viele haben dass ich dafür eine doppelkiste brauchen weil jetzt ja jetzt sind auch repeater und folgen und alles gibt es deswegen wird es eher sinnvoll für eine sonstige truhe aber ich habe das erstes mal ja man denn jemanden und cobblestone mensch so und dann lapis lazuli oh gott lapis lazuli ok lapis lazuli cobblestone gut das kann man jetzt nicht so gut lesen wir wissen ja was drin ist ok dann haben wir hier erde 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 ok dann hier wahrscheinlich noch keine ahnung was gibt es denn sonst noch viel also ich glaube vier kisten von dem kack überhaupt bereichen vermutlich nicht werden naja egal erde und dann kommt da recht was kommen wir denn da rechts rein ähm was können wir dann reintun nach rechts ähm die setzlingen doch die setzlingen nicht davon werden wir werden wir mehr haben was was reicht denn zu einer einzelnen kiste genau ja lohan zeug müsste eigentlich reichen transport zeug erde was kommt dann da rechts rein wolle genau wolle denke ich ist da ganz gut so erde dann was brauchen wir noch genau stein also normale stein ok dann haben wir hier keys sag ich mal und dann was könnten wir dann unten rein tun steinstuhren ja die die slabs stone slabs oder wie das halt einfach so hin passt stone slabs hätte ich nicht gedacht so ok lagersystem angefangen das müssen noch einräumen wo ist die tür hier ach gott die es ist christian habe ich ja ja lalala das geht übrigens deutlich schneller als immer alles ins inventar zieht das dauert dann ging das stelle ich auch gleich mal die dpi der maus hoch weil ich faul bin das zeug nicht bewegen will so das ist auch angenehm oder ok gut stelle dpi doch nicht hoch das ist unkontrollierbar weil ich spiele nie mit einer so hohen dpi eigentlich so das lager ist es nicht schön ähm lalala lalala da wird es sich zum beispiel ein baum anbieten ich glaube da pflanze ich auch rein weil freie kirche gehört ein baum doch durchaus mal hin oder so hast mir die ganze erde einräumen wir stellen doch sehr viel erde ich freue mich schon später auf die zeit wenn man dann hier die kisten kapazität noch fast verdoppeln kann die kisten quasi direkt übereinander stapelt tut bestimmt gut so also erstes mal hier und die ganze erde raus und eine inventarladung voller erde kann ich oben in die kiste noch reinpacken gut da ist keine erde drin und gehen wir mal runter und holen uns da noch erde ab höh achso wir sind schon ganz unten und ist schon auch schön wow diese ansicht sie ist so phänomenal so und hier ist jetzt noch mehr erde drin aber ich denke dass zwei doppelkissen erde dann doch erstmal ausreichen würden um sie oben einzulagern vorerst und das lager ist ja da oben auch nicht wirklich endgültig das ist viel zu klein für ein endgültiges lager das ist nicht mehr weil allein wie ich jetzt schon sehe mit dem ganzen zeug das ich hier mache habe ich sowas von hoffnungslos mehr material als ich da oben überhaupt rein kriege Deswegen, äh, ja. Glaube ich nicht, dass das eine solle nicht gute Idee war, da oben ein Lager einzurichten, das so scheiße klein ist. Genau. So. Na ja, diese Burg hier. So nachweilig, sagen wir mal, werden das Ganze nochmal mit Cobblestone auch noch. So, erst mal die Erde. Oh, voll. Und hier jetzt auch gleich voll. Hm. es ist echt nervig alles manuell in die kisten einsortieren